Hi, hier ist wieder der Lars bei CubeTube und ihr seht schon, heute wird es ein bisschen groß. Ich habe hier nämlich drei top aktuelle Smartphones, einfach mal im Größenvergleich. Einmal das LG V10, dann das Huawei Mate 8 und das Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Drei große Smartphones, drei schöne Smartphones und drei Smartphones, die vor allem in Sachen Spezifikation keine Wünschen offen lassen. Deswegen schauen wir uns die drei jetzt mal an. Los geht's! Machen wir also einen kurzen Design- und Größenvergleich des Huawei Mate 8, des LG V10 und des Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Viele Geräte, viele verschiedene Spezifikationen, erstmal natürlich die Größe. Beim Huawei Mate 8 haben wir ein 6 Zoll großes Full HD LCD IPS Display. Das ist auf jeden Fall ein großes Display, aber nur eine Auflösung von Full HD, also 1920 x 1080 Pixeln. Zum Vergleich, bei LG, da wird es was spezieller. Da haben wir ein nur 5,7 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, also WQHD. Nur haben wir hier oben rechts noch so ein kleines Zusatzdisplay hier drüber, da seht ihr das. Das hat nämlich dann eine Sonderauflösung von 160 x 1080 Pixeln, oder 1040 Pixeln. Das ist so ein kleines Sonderdisplay. Dazu gehen wir in einem anderen Hands-On-Video ein bisschen genauer ein, könnt ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal eine Größe von 5,7 Zoll. Und beim Samsung Galaxy S6 Edge Plus, da haben wir kein Sonderdisplay und generell einfach eine Auflösung von 5,7 Zoll mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Nur ohne dieses Sonderdisplay und es ist zu beiden Seiten gewirbt. Deswegen wirkt das Ganze einfach ein kleines bisschen dünner, weil die Seitenränder dadurch einfach optisch ein bisschen kleiner wirken. So viel also erstmal zu der Displaygröße. Ansonsten von den Abmessungen, das können wir auch mal durchspielen. Wir haben hier beim Galaxy S6 Edge Plus 6,9 Millimeter. Ist ein sehr schlankes Gerät, wirkt allerdings noch schlanker durch diese Edge, weil das zu den Seiten so ein bisschen gebogen ist. Das Huawei Mate 8 etwa ist 7,9 Millimeter dünn, schlank. Ist zu den Seiten auch ein kleines bisschen sich am Verjüngen, wirkt aber nicht ganz so dünn. Und das LG V10 zum Vergleich hat 8,6 Millimeter. Wirkt auch ein bisschen schlanker, weil man hier so einen silbernen Rahmen integriert hat. Aber im Vergleich zum Galaxy S6 Edge Plus dann doch deutlich, deutlich dicker. Apropos dicke, wir haben hier mit 192 Gramm ein richtig, richtig schweres Gerät. Das ist dann schon fast eine Tafel Schokolade vom Gewicht her. Man hat halt auch einen Metallrahmen, aber das wiegt auf jeden Fall schon ordentlich. Und der Akku im Vergleich ist gar nicht so groß. 3000 Milliampere Stunden, den haben wir auch im Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Nur wiegt das Samsung Galaxy S6 Edge Plus gerade mal 153 Gramm. Ist also deutlich leichter, also sind fast 40 Gramm leichter. Und der Akku hat die gleiche Kapazität, 3000 Milliampere Stunden. Das Huawei Mate 8 hingegen, das ist dann eine Sonderrolle. Es wiegt zwar 185 Gramm, ist also auch relativ schwer, aber hat auch einen 4000 Milliampere Stunden starken Akku. Ist also nochmal 1000 Milliampere Stunden stärker als der Akku vom LG V10 oder vom Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Jetzt haben wir erstmal so die Displaygrößen und die Gewichte miteinander verglichen. Ansonsten kann man auch sagen, von den Abmessungen ansonsten tun die sich jetzt nicht so viel. Das LG V10 ist 160 Millimeter lang. Das Huawei Mate 8 ist 157 Millimeter lang. Und das Samsung Galaxy S6 Edge Plus ist 154 Millimeter lang. Also so groß sind da die Unterschiede nicht. Wir haben einfach drei große Geräte. Jetzt habt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr den Eindruck, wo da so der Unterschied in Sachen Displaygröße und Gerätegröße und vielleicht auch noch in Sachen Akkukapazität ist. Ich finde die Geräte auf jeden Fall eigentlich ganz interessant. Das war also unser kleiner bzw. großer Größenvergleich von dem LG V10, dem Huawei Mate 8 und dem Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Ihr seht, wir haben hier große Smartphones, aber ich finde sie tatsächlich relativ angenehm. Und es ist einfach so, dass ein großes Display gleichzeitig auch viele Vorteile im Alltag bietet. Natürlich ist es nicht für jedermann was, vor allem auch nicht für jede Hosentasche, aber für mich punkten die großen Displays auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, auf jeden Fall ab damit in die Kommentare. Kommentare sind gerne gesehen, auch ein Follow hier auf YouTube ist gerne gesehen. Ansonsten, ich bin Lars hier bei CubeTube und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.